ARD Text im Auftrag von Funk Yeah, yeah! Herzlich willkommen, liebe Leute! Live heute an diesem wunderbaren Mittwoch, den 20. April. Heute in 5-facher Besetzung. Ich darf vorstellen, Gunnar, Margo, Dennis und Dennis. Und mein Name ist Daniel Budiman und wir spielen... Paragon! 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 Das ist derzeit noch in der, ähm, in der Alpha... der Alpha, der Early Access Alpha draußen, ne? Man konnte sich dafür anmelden, das haben einige von uns gemacht und wir werden das tatsächlich, bis auf wenige Ausnahmen, zum allerersten Mal spielen. Es gibt eine Person, die das bereits gespielt hat und zwar ein bisschen ernsthafter und das ist ein, äh, das ist unser, ich würde mal fast sagen, einziger MOBA-Experte. Marco Giesel, Marco Giesel. Bevor wir gleich in dieses Spiel hinein starten. Das gelogen macht aber nicht. Dennis hat's auch gespielt. Wir haben das eigentlich auch schon gespielt. Dennis hat's auch gespielt. Alle durcheinander reden, das ist immer wichtig. Aber wer Marco Giesel in jedem MOBA-Spiel gesehen hat, deswegen spreche ich ihn an. Digga, Paragon. Du hast ein bisschen gezockt. Mhm. Bevor wir in das Spiel reinspringen, nur eine ganz kurze, wirklich kurze prägnante Einschätzung von dir. Äh, es sieht geil aus. Ja, aber spielerisch. Äh, ist ein MOBA-Shooter. Muss man... Einen MOBA kannst du erst wirklich auseinandernehmen, wenn du es halt eine Weile lang gespielt hast. Deswegen ist es schwierig, wenn du jetzt fünf Matches gemacht hast, ein Urteil zu machen. Ist ja klar, aber so ein Ersteindruck. Wirklich? Ja, ist cool. Echt jetzt? Ja, ist cool. Für einen Ersteindruck nach fünf Matches oder zehn Matches ist cool. Aber wir schauen... Vor allem sieht's voll geil aus, man. Das wirst du gleich sehen. Das ist voll nice. Das ist ja noch... Der Kniff ist ja noch, also zumindest haben mir die Jungs von Epic gesagt, Grüße an Steve Superwill und K.L. Steve Superwill. Ähm, das sind noch... Können die Deutsch? Ein bisschen. Ich habe ihnen ein bisschen was beigebracht. Aber es sind... Sie haben gesagt, vieles davon sind auch noch Placeholder-Grafiken. Das heißt, es ist natürlich immer nur noch die gleiche, die eine Map, die es gibt. Ähm, aber die schrauben wie wild, ähm, zusammen mit der Community. Ich glaube mittlerweile aber nicht mehr. Wann warst du da? Das ist schon eine Weile her, oder? Ja, anderthalb Monate. Weil jetzt durch die Early Access-Geschichte haben sie diese Placeholder zum größten Teil rausgenommen. Und, ähm, das ist ein Ding der Vergangenheit. Jetzt hast du richtig schöne Icons und die Karten, ähm, von denen du wahrscheinlich sprichst, die früher wirklich nur Placeholder waren, die sind jetzt richtig drin. Geil. Das werden wir ja gleich alles sehen. Also, ihr beiden, die Dennis-Fraktion, die hat schon ein bisschen mehr Erfahrung damit. Mit Gunsten, du hast ein bisschen über die Linse gucken können. Ich hab geguckt, als Dennis gespielt hat, ein bisschen zugeguckt. Und meine Erfahrung ist, ich hab die Ankündigung gesehen und Bock drauf gehabt. Ähm, auf der E3, als es das erste Mal irgendwie vorgestellt wurde. Weil es dann doch mit dem Namen Epic im Hintergrund als einer der, sagen wir, ernsteren MOBA-Titel oder Projekte sozusagen anerkannt werden sollte. Und das kann man auf jeden Fall sagen, alle wollen ja in diese Richtung. Aber wir schauen mal, wie Paarungen ist. Einen schönen Gruß an den Chat, den hab ich hier auf der rechten Seite. Kies gibt's auch gleich, wird hier geschrieben. Stimmt überhaupt nicht. Doch, wir haben sogar den ganzen Tag schon ordentlich Kies für Paragon rausgehauen. Ja, das ist ein Witz. Echt jetzt? 25 haben wir noch, die werden jetzt während der Session hier von unserer Social-Media-Fraktion verballert. Paragon für alle! Äh, dear Alanta, no problem that you don't speak our language. Please stay and watch how we will play this game. How we will play this game. Call Paragon. Und wir springen direkt in das Spiel, das erste Mal in das Menü. So sieht's aus. Oh, und sehen Sie, was wir geschrieben haben eben? Ja, oben ist es. Oha, wer ist das? Oha, Gunnar. Oha. Man weiß ja nicht, wer ich bin. Nee, man weiß nicht, wer das ist, ne? Wie kann man das denn? Habt ihr über mich geschrieben, ihr Schweine? Nee, wir meinen den anderen Booty. Ja, wessen, 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 wessen Rechner sehen wir denn da jetzt? Wer ist Murdoch von euch? Achso, jetzt bin ich ja. Ja. Hi. Guck mal, hi. Alles klar. Gunnar wird also als Murdoch spielen. Dann wechseln wir mal durch. Leider können wir nicht alle Signale abgreifen. Markus, leider gerade in unserem Technik-Setup außen vor. Wer spielt denn jetzt hier, wer ist das? Ist das Kalari oder was ist das? Howitzer. Ah, das ist Howitzer, Alter. Howitzer, das ist der Dennis Heinrichs. Ja. Okay, dann springen wir mal zu Dennis Richtarski. Yeah, that's me. Ich bin der Lila-Man. Er ist der Fing-Mau. Jo. Alles klar. Und dann springen wir auf meinen. Und ich hab mir noch keinen ausgesucht. So sieht das Ganze bei mir aus. Und ich hab auch wirklich null Ahnung, wen man hier spielen kann. Und ich werd das Ganze hier... Probier mal Gideon. Gideon, 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 Gideon. Gideon als Zauberer. Guter Startcharakter wurde mir so gesagt. Gideon, Gideon. Ja, aber ich will ja auch mal gucken. Für alle leicht oder was? Also der Howitzer kann ich gleich mal dazu sagen, den jetzt Dennis H. genommen hat. Der erinnert mich sehr, 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 sehr stark an Rumble aus League of Legends. Also er ist auch so ein kleiner Fellknäuel in einen riesigen Roboter. Also ich weiß halt... Er hat aber keinen Flammenwerfer, soweit ich das weiß. Er kann halt so ein bisschen driften, oder? Ne, er hat das als Fast Travel, dieses Fliegen, aber der hat hauptsächlich Raketen. Der kann Smart Bombs rausschießen, Minen und sowas. Und diese Rakete ist auch aus League of Legends. Also wie gesagt, das Ding ist halt kopiert, aber gut kopiert, finde ich. Es sieht schön aus. Alles klar. Das ist also der Hauwitzer und ich hab mich entschieden, ich werde Rampage spielen. Boah! Alter! Alter! Was bist du denn? Ja, das ist okay. Okay. Ich muss nur an Fluch der Karibik denken. Cthulhu? Und wisst ihr was, liebe Leute? Hier, ne? Wir spielen mal Spieler gegen Spieler. Direkt! Was soll's, oder? Ja, wir sind ausnahmsweise mal im Team unterwegs. Seid ihr bereit, hoffentlich? Okay. Lass nochmal ganz kurz die Basics. Also wenn ihr auf Shift drückt, macht ihr Fast Travel. Aber seid vorsichtig, wenn ihr dann getroffen werdet, ist das doof. Und auf B wie Base, oder? Wo war das? Da biegt man sich zurück. Moment. Und am Anfang bildet ihr am besten den Heiltrank aus, ne? Also den sollte man schon haben. Heiltrank und Mana-Trank. Und Mana-Trank, genau. Und der andere wahrscheinlich, das könnt ihr euch selber aussuchen. Ja. Und auf den Zahlentasten die Dinger, ne? Ich muss nochmal in die Gruppe rein, weil ich hab lustigerweise auf Spieler gegen Spieler gesucht und wurde in ein anderes Team randomised reingepackt. Werden wir bei dir unten angezeigt? Ja, ne, jetzt noch nicht. Marco, Duckels, Deritino und ich. Du bist nämlich bei uns als Teamleader schon drin. Ja, du bist da drin. Wieso bin ich denn Rocket Beans 1? Wieso hab ich keinen coolen Namen? Ich hab auch keinen. Ich hab Duckels oder so. Was ist denn das hier? Ich hab meinen eigenen Namen. Ah, Anfrage erhalten. Ach Gott, jetzt, ne, warte mal. Da hab ich jetzt auch so einen The Green Hunter drin. Ah, cool. Guck mal, das ist doch schade. Wir haben es eigentlich vorbereitet, aber bis zu diesem Punkt... Dann macht man dann nicht einmal zum Team-Capt. Dann macht doch einer, bitte, Dennis, mach doch mal einen Team-Capt. Kannst du das machen? Ja. Ich geh mal komplett aus der Gruppe raus und mach ne neue. Ja, mach das super. Aber ich bin Murdoch immer noch, ne? Ich hab grade, wir waren in der Gruppe und, ähm, vielleicht liegt's am Match-Makes. Ihr müsst einmal bitte aus der Gruppe... Ich hab abgelehnt auszusehen. Hahaha. Ihr müsst aus eurer Gruppe... Ja, ich geh aber in deine Gruppe raus. Ich geh einfach in deine Gruppe rein, du. Nee, jetzt hab ich dich eingeladen. Haha. Du musst unten auf dein Dings drücken und dann auf verlassen. Ja. Ja, so ist das. Ich schaue derweil, während ihr hier so ein bisschen leise rumzödelt, guck ich mal in den Chat hinein und frage mich, was ihr da beschreibt. Ja. Und... Du hast jetzt Einladung? Spielt Dennis mit Controller? Rage? Rage? Ja, Derritino spielt mit Controller, der Noob. Ja, geil. Paragon spielt sich einfach wie Butter mit Controller. So, ich bin bereit. Murdoch ist am Start. Spielt ja auch zu Hause auf der PS4, von daher... Vielleicht noch dazu zu erwähnen, ähm, Items werden hier Karten genannt und ab Level 5 kann man sich eigene Karten zusammenstellen. Und jetzt haben wir gerade so ein vorgefertigtes Set, was wir uns nach und nach auswählen können und auch buffen können. Und ja, ab Level 5 kann man sich eigene Items dazuholen und hat dann ein eigenes Set halt für geile Items. Ja, alles klar. Und nicht vergessen aufzuleveln, auf Control, ne? Erzählt der hier so schlau und ist erst Level 3. Ja, du bist Level 1. Schön eure Punkte für die Karten ausgeben. Marco? Genau, Marco ist auch bereit. Also, und Dennis nur noch bereit machen. Ich bin bereit. Ja, einer fehlt noch. Dann geht's los. Ich kann nicht aufbereit kriegen. Locket Beans 1 fehlt noch. Hast du einen Charakter ausgewählt? Ja, hier den Köln. Nee, du musst... Hm? Give Key! Wird hier geschrieben. Kriegen wir. Direkt Ben. Oh nicht. Nochmal... Ach nee, du kannst hier nicht auswählen. Spacepunkt schreiben, er zockt Dota auch mit dem Steam-Controller. Warte mal, ich will den Geist... Wollte ich mal ausprobieren. Nee. Ich glaube, das ist halt auch ironisch gemeint. Ich will es trotzdem mal ausprobieren. Ich glaube auch. Also, das Ding ist, viele MOBA-Shooter kommen ja jetzt mit Controller. Okay, dann nimm ich den... Battleborn, Overwatch, Smite ist schon... Ja, meinen die. Jetzt ist er done. Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Oh, ja, Moment. Bei mir... Spieler wurden angenommen, alle angenommen. Bei mir sind alle. Ich hab hier bei mir fehlt Gunnar und Dennis. Hier steht noch, wird gesucht. Ja, du fällst bei uns allen als Einziger. Bei mir sind alle da. Bei mir sind alle angenommen. Wir müssen nämlich einfach ein bisschen warten. Ich hoffe doch. Vielleicht ist das noch ein bisschen alpha. Aber ich hoffe, er sucht jetzt nicht neue. Ich hoffe, dass es klappt, ey. Ich hoffe, er sucht nicht neue. Obwohl... Ach, das... Das ist aber schade. Wenn wir uns jetzt finden... Ja, ich finde, dass dieser Ende der Charaktere ist schon echt gut gelungen. Also, das sieht schick aus. Ja, ne, die sehen echt cool aus. Ich hab hier so einen komischen Sau reinverschnitt. Stimmt. Mit einem Hammer mit einer spitzen Dings da oben. Der Hexenmeister von Angmar. Genau. Wir versuchen mal, ähm, so ein bisschen Spielgefüge hier mehr reinzukriegen. Also, echtes taktisches Teamplay. Das ist natürlich schlecht, weil die meisten von uns das Spiel noch nicht gespielt haben. Deswegen würde ich mal vorschlagen, für die allererste Runde, hoffen wir, dass jetzt das alles gut funktioniert, ähm, dass wir mal einen mit ein bisschen mehr Erfahrung irgendwie hier reinholen. Dennis, du hast gerade so schön schon angefangen hier mit... Bitte nicht aufleveln vergessen. Magst du nur mal den ersten Teamleader machen? Grob. Okay. Und uns einfach durchschreien, wo wir hinrennen müssen. Ja, ähm... Bringt das was? Können wir mal machen, können wir mal machen. Was man vielleicht auch probieren könnte, ist, wenn man das so Seiten aufteilt. Das ist Lane 1, das ist Lane 2 oder so. Und die Jungler oder was weiß ich. Ich mach alleine eine Midlane. Midlane. Midlane oder Jungler. Ich hab scheinmal... Oh, es geht los! Liest euch das gefälligst durch! Wenn ihr das dann nicht auswendig könnt, das wird abgefragt. Alles klar. Easy. Ich kann. R ist Ultimate. Primär, sekundär. Goal, Goal. Q, E an Ultimate. Karten-Shop, wie gesagt, G. Ganz wichtig. Karten-Slots 1-4. Karten-Shop auf G. G wie geiler Shop. Ähm... Schritt nach... Ja, das ist klar. Mehr schreien, sagt der Chat. Mehr schreien. Mehr schreien, ja. Nein, 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 nein. Reisemodus ist wichtig. Umschalt, am Anfang gleich mal drücken, dass wir da Speed-O-Mart-mäßig ab nach vorne düsen. Shift oder Umschalt? Shift. Oh, geht los hier in 100 Sekunden. Keiner muss Schritt nehmen. Ne, er wartet auf den Spieler und jetzt hat er so alle. Oh, es geht so! Neun Sekunden, acht Sekunden. Oh, das ist schön. Okay. Winkel Lane, rechte Lane, Midlane, oder? Na gut. Obwohl, das ist eigentlich Booty als... Na egal. Ja, ich weiß ja nicht, was Rampage ist. Also erstmal einkaufen. Ja, wohin, wohin, wo kauft man eins? Du drückst G. Ja, jetzt direkt. Ja, dann mach ich doch. Genau. Und dann kannst du erstmal das Stahler-Deck rollen. Oh Gott, oh Gott. Das gibt's viel zu viel. Auf geht's. Stehding. Alles klar. Irgendwas, abgestimmte Barriere. Ich weiß überhaupt nicht, was hier drin ist. So, hol dir einen Heiltrank und einen Mana-Trank. Damit bist du erstmal gut bedient und den restest... Den suchst du dir einfach mal so aus. Heiltrank. Heiltrank. Und dann, okay. Äh... Heiltrank. Heiltrank. Und Steuerung und Taste. Damit kannst du schnell deine Skills auswählen. Dann musst du halt nicht... Was, was, was? Wenn du Steuerung und Taste drückst, hast du... Du hast jetzt Q und E und rechte Monster-Taste. Wenn du Steuerung drückst... Und dann Aufladung für eure Heiltränke. Wenn die leer sind, nach Hause beamen, dann sind sie wieder aufgelacht. Und dann rechte Monster-Taste hast du den rechten Monster-Taste. Wie beam ich denn überhaupt? Du kannst nicht beamen. Achso, nach Hause machst du mit B wie Base oder H wie Home. Eins von beiden. Boah, der hat... Ich geh übrigens Left-Lane. Okay, ich bin jetzt einfach direkt damit, ne? Gunnar und ich sind Right-Lane. Alles klar. Right-Lane. Okay, ich geh nach links. Und kann's gerne... Also ich bin auch übrigens Tank, falls euch das interessiert. Ja. Das interessiert. Okay. Eigentlich sollten wir im Jungle den Red-Buff holen, aber egal. Stimmt, aber das ist alles Advanced. Das machen wir später, oder? Mit dem Junglen. Wo sind denn die? Gunnar, nicht so weit vorher. Da hinten ist ein Tower. Wenn du in Tower-Range... Du siehst halt auch, wenn du in der Range bist, um einen Gegner zu treffen oder einen Minion, dann färbt sich dein Crosshair rot. Ah, okay, cool. Ja. Wieso hab ich keinen Sound? Weil du keinen Kopf hast. Kontakt! Kontakt! Es geht los! Ach so. Ich werfe einen Brocken auf sie hinauf. Wo bist du, Dennis? Yo, ich tank mich rein hier! Also ich bin... Last Kill ist hier, ähm... Genau, das ist wichtig. Ist wichtig. Ja, aber wir sind ja alles Buddies, also das ist nicht wichtig. Ist egal, wer von uns den kriegt. Ja. Ja, aber... Nur keine Minions. Kann man die... Aber kann man die Attacke auch, ähm... Delayen oder was? Ne, ne? Hab ich jetzt noch nicht so richtig rausgefunden? Ne, den 9 kannst du nix. Okay, wir können gleich den ersten Tower machen, Dennis. Hier links. Da ist ein Gegner. Ah, ne, wohl noch nicht. Vorsicht. Ich geh erstmal auf die Minions. Weil ich könnte mit der Rakete schon mal... Also am Anfang ein bisschen defensiver, Gunnar, dass wir nicht zu weit nach vorne gehen. Oh, man kann auch gedrückt halten. Juhu! Level 2! Was auch immer ich hier drücke... Oh, shit. Ah, ich kann springen! Sehr gut! Oh, alles klar. Ja, so langsam, ne? Wollen wir auf, da kommt einer? Irgendwer kommt... Oh, da kommt einer! Shit, ich muss weg! Ja, shit, fuck! Ja, das ist unser. Der Tower, da geht man nicht zurück. Wer war das? Wer ist gestorben? Ne, ich bin leider gestorben. Soll ich zu dir kommen? Ne, ist okay. Ich komm gleich wieder. Alles gut. Ich bin halt tankt. Das könnte ab und zu mal passieren. Ich tank dir dann meist Adress drauf. Ey, ich liebe den Sprecher von dem Spiel, ne? Echt? Ja? Der Arena-Sprecher, ich find den so cool. Seid ihr schon länger zusammen, oder? Ich kann das auch machen. Okay. Der wollte jetzt demnächst mal bei mir einziehen. Oh, wo seid ihr? I move to your apartment. Ich bin hinter dir, alles gut. Okay, gut, gut, gut. Ich hab mir so Sorgen gemacht, Mark. Genau. Alles gut. Wenn ihr es schafft, sehr gerne ab und zu mal, ähm... Oh! Fuck! Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Auf den Screen gucken, dann seht ihr, ob wir gerade drauf sind. Dann könnt ihr es ein bisschen mehr konzentrieren. Dennis, von hinten kommt einer bei dir. Aber ich bin auch am Start. Pass auf, zieh dich zurück. Oh nein, ich bin... Oh, shit! Link in lane, wenn wir ein bisschen gonen. Ja, und dann lauf ich jetzt durch. Ah, ich bin down. Oh, shit. Ich muss mich zurückziehen zum Tower. Du siehst da oben rechts den Tank, der will ganz weit spielen. Ja, ja, der wirbt sich als eine Scheiße. Komme, ich komme, ich komme. Er kann ja rein... Wir laufen nicht rein. Das sind drei Leute. Geh nicht drauf, zieh dich lieber zurück zum Tower. Okay, jetzt pushen wir durch. Wo braucht ihr solchen links? Wie sieht's aus? Rechts sieht's gut aus gerade, ne? Ja. Aber nicht so weit vor. Wir sind erst Level 2. Der Tower haut extrem rein, wenn wir zu weit vorne sind. Ich hab mich zurückgezogen. Ja, ja. Vorsicht, auch ausweichen. Hat der mich nicht getroffen. Level 3. So. Mach so ein bisschen Spaß hier, ne? Ja, sehr gut. Ich muss hier gerade mal defense machen. Ja, ja. Ein bisschen langsamer. Aber... Ja, aber ich glaub, das muss halt so sein. Also... Ja, das beschleunigt sich auch extrem das Spiel dann. Gibt es hier irgendwelche Items oder sowas? Was sind das für komische Brunnen hier? Kann man sich da aufladen? Weiß das einer? Äh, ich glaub, was du meinst im Dschungel, das sind so diese Samm... Du kannst so ein Stab der Sammler... Heißt das so? So ein bisschen Zeug, Gona. Ja. Sehr gut. Die kannst du da abstellen. Und der, äh... Hau ich jetzt lieber auf... Wack, wack, wack. What the fuck? Direkt hinter dir. Sehr gut. Okay, ich geh jetzt mal hier. Ja. Was geht denn da ab, ey? Das ist dumm. Kannst du noch nicht machen, ey. Alles gut. Ja, da kam ich noch von hinten an. Ja, deswegen meinte ich ja auf dem Dschungel mal aufpassen ein bisschen. Ja. Mago. Ne? Ach, Gona, ey. Wo ist denn dein Zaun? Wo du auch mit Zaun achten? Bis jetzt ja, aber ich kann mal ein bisschen was skillen. Ich kenn die Skills von dem Typen leider noch nicht. Ich bin schon aus dem Beidings raus. Okay, der Wart ist hier unten. Okay. Ja, ich bin schon aus dem Beidings raus. Gut, gut. So, ja. Geh nochmal rein. Macht das Sinn, dass ich mich hier auflevel eigentlich, Leute? Oder soll ich euch lieber helfen? Ich hab doch einen relativ starken Finger hier. Ja, du levelst ja auch auf, wenn du den anderen hilfst, ne? Ja, eben. Deswegen, also... Also, ich glaub, Junglen ist nicht so gut, wenn man nicht weiß, was man tut, oder? Ja, das stimmt. Ja, weil da musst du dann die einzelnen, verschiedenen Dots da... Oh, shit. Das ist ein Min. Fuck. Gut, dann komm ich jetzt mal zu dir, Giesel, ne? Komm rein. Weil da ist ja diese eine... Was weiß ich was... Der eine kommt immer aus dem Jungle raus. Ähm, musst aufpassen, der versucht zu ganken. Der kommt aus der Cloak. Ach, der will wieder gegen ihn raus. Ich hab halt einen Sprung. Oh, hier sind... Hier sind... Hier sind weiße Viecher bei mir. Okay, pass auf jetzt. Geh mal rein. Es gibt ja einen Jungle... Warte, warte. Warte, warte. Pass auf. Okay, Vorsicht. Oh, die schließen weg. Krieg ich die hier daumen, oder nicht? Oh, du musst uns zurückziehen. Ich glaub nicht. Oh, ich muss mich auch zurückziehen gerade. Oh, du schießt auf mich. Aber ich stell mich vor dich. Okay. Fress das. Vorsicht, du bist im Tower Range. Ja, ich hab... Ah, der kommt schon wieder von hinten, Dennis. Zwei von hinten. Ah, die sind nicht doof, Alter. Die machen hier voll einen auf Taktik. Zwei von hinten haben uns gekriegt. Ich zieh mich zurück. Ja, ich bin down. Barg hoch, runter. Oh, ich hier. Das Gute ist, ihr könntet jetzt... Da die Links zu dritt waren, müsstet ihr rechts eigentlich... Hallo, du bist im Tower Range. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Der ist noch zwei in Mitte ist frei. Eieieiei, sowas ist immer... Ja, der Typ rechts oben ist... Boah, Alter. Der wirkt nur Steine runter. Ey, der hinter uns gespielt. Alles gut, alles gut. Alles gut. Da kommt der. Und denkt dran, eure Tränke zu benutzen. Ja. Aufleveln, kaufen. Ihr habt bestimmt schon Kartenpunkte. Oh ja. Und Ultis. Okay, dann muss ich mal zurückgehen, oder was? H oder B. Da beamst du dich. Ja. Macht das Sinn jetzt hier, oder nicht? Wir sind gerade in Tower Range, ne? Ich bin Level 6, ihr seid... Bist du links noch, oder was machen wir? Ja. Würde ich sagen, oder? Okay. Marco, drauf oder nicht? Immer ein bisschen auf den Tower aufhören. Du versuchst, das zu provozieren. Du bist ein Nahkämpfer. Das Regen kommt von der Seite. Ein bisschen vorauskriegt. Nicht, dass du jetzt in Tower Range kommst. Links sind die zu nahen uns dran. Ja gut, dann zieh ich mich mal kurz zurück, ja? Mach das. Du kannst B drücken auch. Oh nein. Okay. Oh shit. Ziemlich zurück. Scheiße. Kacke. Ja, ich dumm. Ich hab... Das haben wir geschafft, okay. Ich hab da Minen hingelegt. Achtung Stein. Hab ich dann selber ausgelöst? Okay, hier ist sie. Ich glaub, die haben Zeit. Achso. Ich hab auch keinen Schaden gekriegt. Sie kommt immer ein bisschen rein. Und der von oben wirft dann halt... Ja, die machen das nicht zum ersten Mal. Nee, nee. Durch den Jungle irgendwie durch. Das machen die bestimmt gleich. Achso, der kommt, der kommt. Alles gut. Alles gut. Irgendeine Aktion? Soll ich wo aushelfen hier? Dennis, Dennis? Ja, bei uns ist es ganz gut, wer sich aushelfen würde. Alles gut. Links könnten wir jetzt vorstoßen. Dann mach das. Da könnte Budi gerne mitmachen. Das wär vielleicht ein Plan. Aber ich weiß jetzt nicht, eben waren hier Typen noch. Drei Stück links, wo die jetzt sind. Die könnten irgendwo auftauchen. Seid vorsichtig. Die spielen taktisch ziemlich klug und kommen gerne von hinten. Also immer ein Auge, ein Rückspiegel. Ah, fuck. Alter, Mago. Was denn? Ach, hier. Okay. Jawoll, Budi ist am Stizzle. Schön. Das ist natürlich nicht so gut, ja. Okay. Ei, ei, ei. Die sind ziemlich gut, ne? Das war der Jungle, ne? Beide tot. Okay. Links, proberts. Dann müssen wir jetzt einen Gegenpush machen, ne? Rechts, wenn die rechts steht. Pass auf, da oben steht, der auf der ... Ja, der Duffkin. Der beobachtet uns. Ja. Der wird wahrscheinlich jetzt schon hier ... Der sagt jetzt, sein Kumpel ist wieder bescheidert, dann kommen die wieder von hinten. Ja. Aber wir können eigentlich ... Die sind nicht da. Wir können die ... Oh, nee. Ich weiß nicht, was mein Ulti ist, aber wenn der da ist, dann filmen ich den mal, ne? Dann finde ich den Knaller oder was. Ja. So, Sepp. Mach ich da ja auch mal leicht. Hast du schon Ulti? Nee, noch nicht. Okay, warten. Vier. Ja, ab fünf, ne? So, hinter den Minions bleiben. Und jetzt können wir ... Der ist alleine. Sechs erst, ja. Eigentlich, wenn wir jetzt klug sind, müssen wir den kriegen. Aber er ist halt nicht dumm. Sondern steht da schön fett vorm Tower. Ja, gleich. Okay. Alle weg. Alter, was ist das? Alter, raus aus den Aways. Okay, sie sind da, sind da. What? Fuck. Ulti, was auch immer. Ich bin groß und schwer und kann irgendwas kaputt machen. Das ist gut. Ich bin leider tot. Ihr seid längst nur noch zu zweit. Alter, für den Tank halte ich aber nix aus. Komm schon drauf, drauf. Oje, oje, oje. Okay, komm, nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Okay. Hier ist Rampage gegen Rampage. Das sieht für mich gar nicht so gut aus. Ich muss abhauen. Scheiße. Wir kommen wieder nach links. Scheiße. Koimal, Aua, 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 Aua. Aua, Aua! Ich'll hab ich dem Geld auch so geschafft, ey. Wow. Ich muss mich hier abladen. Ich hab den Gott seiin gestunnt mit den Minen aber. Okay. Ja, ich sehe dich damals. Wir müssen jetzt pushen. Da kommt jemand, siehst du ja. Der hat sich unsichtbar gemacht? Vorsicht. Sonst, sie macht mir die Pack gleich nicht. Versuch die zu halten, ich bin sofort wieder da. Ich will nur eben abladen. Wir haben immer so böse Schimpfe da so einfach. Dann halte ich mich doch zurück hier. Okay, ich halte die linke Lane. Ich geh in die Midlane, da ist grad was los. Ich hab mir gesagt Bescheid, wann ich kommen soll, ne? Voll aufgestiegen. So, komm, Diggi, Diggi. Ich hab mein Ultimate jetzt. Denkt dran, wenn ihr Level 5 seid, kriegt ihr euer Ultimate, glaub ich. Das sollt ihr auf keinen Fall links liegen lassen. Der Tower ist auf dir drauf. Ich hab den leider noch nicht. Nimm Trank. Okay, das war's. Okay, ich glaube, ich bin jetzt gleich wieder links. Ich würde deinen Namen schon konspensieren. Ja, shit, ey. Okay, Achtung. Oh shit, oh shit. Ich muss zurück. Zu gefährlich hier. Ah fuck, hätte ich fast gehabt. Na, kriegen sie Minutes noch? Ahhhh. Komm Markus, wir schaffen das. Wolltee hab ich jetzt. Aber ich kauf jetzt nichts, ehrlich. Mit-Lane ist ziemlich... Ja, ist... Ja... Was da? Ja, ich glaub, ich brauch hier... Ihr könnt auch einem diese... Also, falls ihr irgendwie nicht reden wollt, das schneller geht, diese Short-Commands machen, ne? Wie zum Beispiel... Okay, linke Lane ist ein bisschen frei gerade. Dennis und ich stoßen vor. Soll ich mitkommen oder nicht? Kommt drauf an, was bei dir grad los ist. Ja... Creeps. Ne Menge Creeps. Und grad Eva genau, der... Also ich glaube, die sind natürlich nicht doof, die werden merken. Das wird's natürlich immer über links versuchen. My skill rises, sagt er. Hoffen wir mal das Beste. Mhm. Mhm. Welches Level seid ihr? Siehst du, wenn du Tab drückst, siehst du es ja sechs. Und die sind acht. Und sieben und acht und sechs. Ah, der kommt wieder. Ja, der kommt wieder. Ja, der kommt wieder. Da ist jemand. Ah. Ja, genau der. Oh, schon wieder von hinten. Fick dich, Mann. Das ist die Ulti, ey. Mann, ey. Wieder tot. Ja, ich bin auch tot. Die kommen direkt bei uns hier. Ja, ja. Ich richte gerade. Unter den, unter den, unter den, äh... Unter den Jungle-Jungs. Ey, ey. Ich seh's, Dennis. Ich komm mal dir kurz entgegen, ne? Ähm... Mann, 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 Mann. Okay. Wer bei dir? Yes, Mann. Okay. Ich versuch mal kurz hier zu stören. Ich weiß nicht, was... Wie ist denn das? Soll man... Ich weiß nicht, vielleicht haben die sich... Kann man das sehen? Ob die sich einen Buff geholt haben? Ich glaub, der orbt dann um die Leute rum. Oh, hier. Das können wir einsammeln, Budi. Wenn du hier bei diesen Dingern bist, kannst du dich hier hinstellen. So als Jungler. Ja. Und dann sammelst du den Stizzle ein, der hier ist. Aber anscheinend geht das gerade nicht. Da ist ein gegnerischer Sammler platziert. Den können wir kaputt machen wahrscheinlich. Mach den kaputt. Okay, dann... Ich versuch mal nah an unserem Tower die linke Linke zu halten, falls sie da weiterkommt. Dann koste ich hier alleine mal raus. Marco, weißt du, wie das genau mit diesen Sammlern funktioniert? Ähm... Die sammeln die ganze Zeit diese gelben Orbs. Die kannst du ja aufstellen an diesen Punkten. Okay. Oh, da kommt einer, Budi. Rechts, Achtung! Oh, du machst das. Den holen wir uns! Komm schon, Budi! Oh, ich bin tot. Mann, wie kann ich denn so schnell sterben als Tank? Ich bin auch tot. Okay, die waren das zu viert, Alter. Waren das vier, ja? Deswegen, okay. Geh mal hier weg. Hier können wir nicht bleiben. Wenn da jetzt alle vier drüben sind, müssen wir kurz mal in die Mitte. Oh je, Mine, oh je, Mine. Bei euch rechts sieht es ein bisschen besser aus, ne? Ja, wir können das immer vorpushen. Aber wenn die immer zu euch kommen, das ist das natürlich auch Fecke. Ja. Oh fuck, ich werde hier alle... Ich bin ja rein. So, Feckelelein. Nicht so weit vorne. Ah, nicht so weit vorne. Ja, aber was kaufen wir denn da eigentlich, Alter? Ja, deiner Klasse entsprechend. Was bist du denn? Mehr so Schades-Dealer oder Tank oder mehr so... Hier, Aufwertung. Toll, ich seh's gerade. Hä? Ja. Oh Gott, ich bin so richtig dumm. Ich bin mal ganz weit vorne. Ich wollte ne Abkürzung zu den anderen nehmen. Ja. Diese Abkürzung immer. Und vergesst nicht, die einen können die auch upgraden. Genau. Oh Gott, das tut. Ja. Das ist immer mehr Bang for the Buck, bevor die... Ja, das war ein bisschen dumm. Ich dachte, ich kann da schräg rüber zu den anderen. Und dann war ich plötzlich in der Mitte von den Gegnern. Ach Gott. Oh, die sind schon ziemlich dicht. Ich komm zu Marco. Der sieht aus, als könnte Hilfe gebrauchen. Der ist da eins gegen zwei. Alles gut, alles gut. Eins gegen drei, sagt er. Und alles gut, oder was? Ja, alles gut. Eins gegen vier wird's jetzt. Alles gut. Ja. Alles gut. Alle in der Mitte, ne? Alles mega gut. Viel Läufer, ey. Die sind immer zu viert, so. Ja, die machen das gut. Ganken ganz gut. Ja, sollen wir dann einfach auch zu viert rumrennen und uns für eine Lane entscheiden? Wir können jetzt alle links. Weil einer ist schon links, die anderen sind gerade in der Mitte. Dann gehen wir alle nach links, komm. Okay. Und dann sofort auf den Tower, wenn die Creeps am Start sind. Der ist halt am Anfang immer an. Der ist jetzt gerade schon an. Der ist schon an, ne? Der ist schon an. Mach nochmal den Sound an. So, auf geht's. So, alle sind wir links. Okay. Ich komm mal links rüber. Weiter rüber. Rechts pusht einer den Tower alleine. Ah, fuck. Kannst du den halten? Ich halt den. Da sind wir. Alles klar. Oh, da kommt wieder einer. Ja, die kommen wieder von hinten. Zwei Stück. Zwei sind rechts. Also seid ihr nur gegen drei. Alter! Ich geh auf das Aki-Aki-Kugel, Kugel, ey. Ich bin down, man. Fick. Die Hände. Junge, ey. Was soll ich denn machen? Alter, okay. Jetzt sind wir hier zu. Im Rampage-Modus war. Das war sehr dumm. Ich bin sehr weit geflogen aus Versehen. Das war nicht so gut. Okay. Wir haben den Tower. Sieht nicht so gut aus für uns, ne? Kann das sein? Ich glaube nicht. Ich habe auch nicht so viel Ahnung. Oh, Mann, ey. Ja. Hinter mir blinkt ein roter Monitor. Ich glaube, wir müssen in die Werbung gehen. Ich bin gestunt. Ach, du Junge. Ja, ich glaube, wir nutzen ein paar Minuten Zeit, während wir eh gerade uns reaktivieren müssen. Wie sagt man im Fachjargon? Wir werden geraped. Ja. Ja. Eventuell, sehr wahrscheinlich auch noch in drei Minuten. Seid einfach gleich dabei. Wenn es wieder heißt, wir fünf Bohnen gegen Paragon. Tschüss. Ja.